Ja, ich wollte echt nicht weinen. Auf den Bräutigam, meinen besten Freund. Auf das ihr immer glücklich seid. Tja, das war's dann wohl. Du kennst doch die Regeln. Ja, ich dachte nur... Dachtest was? Ich dachte, wir verstehen uns inzwischen richtig gut, oder? Nein. Ich möchte, dass wir jetzt alle anstoßen. Auf das ihr immer glücklich seid. Ähm... Was genau tun Sie? Willkommen bei der Trauzeugen AG. Mein Trauzeugenservice ist für Leute wie Sie, die da Defizite haben. Über wie viele Trauzeugen reden wir? Brauchen Sie einen oder zwei? Sieben wären gut. Sieben Trauzeugen? Was Sie sich da vorstellen, ist unser Lieblingsscherz. Und das sind nur zwei Wochen? Bitte helfen Sie mir. Ohne Sie bin ich verloren. Okay, wenn ich mich darauf einlasse, ist das eine reine Geschäftsbeziehung. Verstanden? Sie kaufen sich keinen neuen Freund, Sie mieten sich ein Trauzeug. Verstanden. Vermutlich haben Sie einen Namen für mich. Big Mitchum. Trage ich ein Cape? Hey, Ladies, was geht ab? Mein Name ist Big. Ich bin Big Mitchum und ich liebe Süßigkeiten. Big Mitchum kriegt immer, was er will. Alles klar? Ich mag ihn. Gott hat in sieben Tagen die Welt erschaffen. Unsere Aufgabe ist größer und wir haben weniger Zeit. Wer sind diese Männer? Darf ich vorstellen? Ihre Trauzeugen. Diese Typen gehen nicht als Trauzeugen. Die sehen aus wie die sieben Zwerge in Groß, die zu Vergewaltigern geworden sind. Es ist mein Job, dich an deinem Hochzeitstag gut aussehen zu lassen. Deswegen sind wir hier. Ist eine Trockenübung. Man kann einen fetten Arsch in Baggypants verstecken, aber nicht einen schlechten Tänzer. Du hast gefragt, wieso sich so ein Mädel wie Göttchen in mich verliebt hat. Ich war mit ihr tanzen. Die sind alle so talentiert, diese Schwulen. Ab jetzt sind wir tadellose Gentleman. Wie spät ist es? Zeit zum Spiel! Das ist der merkwürdigste Haufen Typen, den ich je gesehen habe. Buh. Drei Eier zählt nach. Heilige Scheiße. Ich will, dass mein richtiges Leben so viel Spaß macht, wie das, wofür ich bezahlt habe. Lass uns Geschichte schreiben. Das unvergessliche Gletscherklettern in Patagonien. Wir in 3000 Metern Höhe aus einem Flugzeug springen. Was fütterst du ihn? Was genau meinst du? Ich habe dich durchschaut. Er ist erst so, seit du aufgetaucht bist. Das ist der Duck, den ich kenne. Findest du es nicht ein bisschen merkwürdig, dass dein Trauzeuge Big Bitchim heißt? Ich muss euch die Wahrheit sagen. Oh mein Gott! Scheiße! Oh Scheiße! Lass das Feuer! Das macht es nur schlimmer! Diese Weihnachten. Hast du das da schon mal gesehen? Noch nie. Erlischt die Magie, die sie zum Leben erweckt hat. Teddy und Dexter, sie verhalten sich komisch. Was machst du denn?